Hallo! 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 It's me! Oh! American J Oh! 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 Hallo! Willkommen zu diesem neuen Video von mir! Und zwar wieder heute ein bisschen Quick Bad Wars! Alles klar! Aber Leute, irgendwas ist anders auf diesem Video! Hä, wo bin ich? Hä? Warte mal! Irgendwas stimmt hier nicht! Ah! Da bin ich auch schon! Hallo! Hallo! Und zwar ja! Sehen wir uns gleich in der coolen Video-Runde! Bye-bye! So! Mit der Runde! Die Runde ist auch schon gestartet! Ich bin mit dem Kuss ein Pochi! Eine Runde! Alles klar! Ähm... So! Jetzt haben wir jetzt erstmal ein Loch und bauen zur Mitte! Was? Oh mein Gott! Ja Digga! Alter! Sie stellen jetzt nicht unser Bett! Hey! Alter! Okay Leute, das... Warte mal! So Leute! Da sind wir auch schon in der anderen Runde! Äh... Die Runde war echt cool! Oh mein Gott! Also ich wollte eigentlich nur eine Runde machen, weil ich darf ja nicht so lange spielen! Aber die war wirklich ganz ganz gut! Aber die war wirklich ganz ganz gut! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Oh bitte! Ich will keine Runde machen! Ähm... Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich will nicht mal raus. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Ich muss das jetzt jetzt passiert! Oh mein Gott! Oh Gott Leute, ja muss das sein! Oh please! Oh god no! Ähm, ich hoffe nur mal ganz kurz mit einem Preistext zurück. Also ich könnte jetzt Butterfly noch, aber ich wusste wohl nicht, was das hieß. Ich dachte, dass es, wenn man... Alles klar! Alles klar Leute! Jetzt hol ich mal ein paar Sachen! So Leute, ups! Jetzt versuchen wir mal ein paar andere Wette zu schütteln. So, jetzt versuchen wir mal... Oh was noch? Oh nein! Ach komm schon! Oh nein! Oh nein! Liege, warum... Ich muss mich jetzt hier ein bisschen bestecken. Sonst werden wir sofort runterhauen. So, der Bettzer war leider weg. Ähm... Wollen wir mal zu den grünen Bett riskieren. So, Mensch, hier kann man kein, ähm... Ding aktivieren. Wir haben die Langsamkeit. Also, weil die sich denken, was das von Teckelbeck ist. Das ist das... Gekau von Teckelbeck. Welches waren gelten? Der'reftthlinate ist nicht zu schwimmen. Zack! Rakt! 5 Grünes ins Gold! 10 Grünes alt ist Gold! Ich holen wirn schön Gold, das machen die auch. Können wir dann mal hier so normalen, ne hier kann man ja keine Bogen machen. Hier kann man ja keine Bogen machen. Ich kann das nicht mehr. Aber ich kann sie glaube ich. Böh. Wo ist das jetzt? Aber egal, ich hole mir einfach mal ein paar von den Dingen an hier. Habe ich mal einen beim Team. So, dann hole ich mir noch ein Gold. Jetzt kommt doch ihr Dunkelfach, kommt doch. So, ich glaube die Runde kriegen wir easy. Wir müssen ja diese grünen kleinen Lungenklöpfe hier zu stellen. Puh, wir haben das einfach nur total vergessen. Leute. Sachen zu holen. Alles klar, wie kann man das vergessen? Alles klar. Alles klar. Ähm. So, erstmal den besten Brustpanzer gönnen hier. Wir müssen die ja runterschlagen, Leute. Was? Ähm. Digga, ich hab gar nicht mehr weg, dass mein Fernseher an ist, Alter. Der Kunde, Leute. So, Leute. Das war ich auch schon mit diesem Video. Ähm. Die Border hat sich alle generiert. Und ich war tot. Wegen der scheiß Border. Ähm. Und ja. Wenn es dieses Video euch gefallen hat, dann gebt mir einfach mal ein Like. Weil ich mir das schon Mühe gegeben habe, das zu schneiden. Ähm. Und ja. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye, bye, auf euch lieb. Ciao, ciao. Ciao, ciao.